Oh man Achso, wie machst du das? Du nimmst auf, dann renntest du und dann... Dann lächle ich das irgendwann, ja. Okay. Hey, guck mal, das sind Kopflose, das ist ein Geist. Oh Gott. Sieht halt schlecht aus. Auf einmal hören sie alle auf zu springen. Leute, what the fuck? Alter. Ich bin schon weg. Ich habe ihn, ich habe ihn. Die Geist kann ja mal gar nichts. Hast du auch schon Hunger Games gezockt? Jo. Wie fandest du's? Wow. War echt cool eigentlich, so jetzt, ich kenn's ja von Videos her, aber... Und Paintball? Du, das hat halt noch nicht gezockt. Solltest du mal. Da... Kann ich gerne außerhalb der Aufnahme machen, weil... So ist genug aufgenommen hier. Achso, stimmt, der nimmst ja immer noch auf. Das hat das zu rennen, Alter. Was das für ein Aufwand wird. Das schaffe ich in der Nacht jetzt gar nicht, Alter, zu rennen, ne. Ja, kannst du mir sagen, wenn das Jahrhundert vorbei ist. Ja, so naht. So gut ist mein PC ja leider nicht, dass der dort einfach mal so alles wegfrisst. Das wäre der Licht. Das wäre der Licht. Sorry Marvin. Ich bin... Eine Barbie Girl. Aber jetzt, FB. Was los, dass dieses Lied Barbie Girl auch aus dem Jahr 97 stammt? Puh. Echt? Hey, Bobby. Hi, Ken. Hallo. Ist auch noch ein cooles Lied. Am besten ist immer noch die männliche Stimme. Diese tiefe dieses... Hello, Bobby. Let's go party. Und die so... Ha, ha, ha. Hier. Boah, ich mag ja so richtig geile, tiefe Stimmen, ey. Boah. So richtig tiefe Stimmen sind richtig krass. Find ich. Leider hat sich meine Stimme mittlerweile ja nicht mehr ganz so tief entwickelt. War echt mal so krass tief, ey. Boah. Konnte ich die in der Aufnahme... Wenn ich... Wenn ich mich hier angestrengt hab, konnte ich die auf... Konnte ich da richtig krass rüberbringen. Meine Stimme. Aber der war auch so krass geil tief. Das hab ich auch noch gelegentlich, wenn ich morgens aufstehe oder halt ausgeschlafen bin. Wie auch immer mein Bruder sagt, wenn ich dann ausgeschlafen bin, dann ist das halt so. Aber, alter, dann... Dann hört sich meine Stimme richtig krass an. Ja, ohne jetzt von mir selber zu schwärmen, aber... Alter. Ja. Ich mag das halt, wenn... Wenn so richtig tiefe, krasse Stimmen... Also nicht so homophob gesehen, aber... Ja, genau so hast du gesehen. Ich weiß nicht. Ich kann halt diese piepsigen Stimmen überhaupt nicht ab. Gibt halt viele, die hat nicht abkönnen, aber... So wie diese eine da von DSDS, die Apfelringe gesagt hat. Apfelringe... Gott. Daran kannst du Jona ja nennen. Gott. Das war... Das hab ich irgendwann zu Silvestergläuche irgendwann mal erfahren. Was? Apfelringe. Ne. Ne. Ich glaub ich pflanze jetzt einfach nur noch hier die Melonenseeds und so an, die brauchen ja zum Glück kein Wasser. Und dann... Ja, das ist... Logik. Ähm... Minecraft-Logik. Und dann denk ich mal... Werd ich so langsam mal... Kleines Beuskin einlegen. Geht er gar nicht hier. Ja, das ist zehn Minuten später. Ja... He... 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 Ja... Das könnte durchaus werden... Ne... Ne... So langsam ist hier mal Schluss. Normalerweise wäre ich jetzt schon längst wieder schlafen. Aber mein Tag ist ja immer wieder so scheiße, dass ich mich mal wieder fesseln muss. Wie flauen wir denn? Äh... 11. Na ja... Liegt einfach nur daran, dass ich schon seit paar Wochen länger Ferien hab und ich da vor Prüfungen hatte und ich somit... ewig... viel Zeit hab. Und somit... und so, ne? Mhm. He... Oh, wie läuft ist das denn? Wie lang machst du schon dieses Minecraft-Let's-Play-Ding? Seit heute? Also LP an sich mach ich jetzt schon ein bisschen länger. Mhm. So seit 2011 irgendwann. Cool. Aber Minecraft an sich, wie ja vorhin schon gesagt, ähm, hab halt nicht... Mein PC hat's halt nicht wirklich hergegeben, viel zu machen. Mhm. Deswegen sind halt auch... Weiß nicht, ich hatte zwischenzeitlich ja immer mal so ein paar mehr Leute auf meinem Kanal und... sind's wieder abgesprungen, weil von mir halt überhaupt nichts kam, weil... Schlechter PC geht halt nun mal nichts, ne? Klingt komisch, ist aber so. Und... Jetzt hatte einer eigentlich so... irgendwann mal so... Hallöchen. Was nutzt du jetzt erst? Ähm, wenn du mir das runterlädst, dann gerne. Ja, ich würde gerne mitmachen, ja, aber... noch ist es nicht komplett runtergeladen. Ich hab's jetzt über Nacht laufen lassen, den Download, aber hab grad mal 1,6 geschafft, in... 10 Stunden. 1,6 was? Gigabyte. Achso, ich dachte schon. Ja, MB, natürlich. Kennst du mich ja. Ja... Ne, leider nicht, tut mir leid. Aber... wenn am Wochenende, dann höchstwahrscheinlich. Ne? Habe ich ja im Monat vorhin schon erzählt, dass wir jetzt angefangen haben, beziehungsweise dass wir uns jetzt CSS geholt haben. Das was? Dass wir uns CSS geholt haben. Da musst du schnell Alperina frei gesagt. Ich will gerade, du Idiot. Achso. CSS oder das? Ja, hab ich doch gesagt. Ich soll ja wohl nicht fragen. Klar würdest du sonst fragen. Ey, gibt's Sinn? Richtig. Sinnvoll LP. Hahaha. Da war meine Ho weg. Möchte mal grad kurz vorbeikommen und meine Ho runterbringen? Ich hab keinen Bock hochzulaufen. Achja. Ne, grad nicht müde. Achja. Ne, grad nicht müde. Kann ich auch nicht kaufen, ohne es vorher gespürt zu haben. Richtig. Habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Hetze, Maus und Tastatur sind so die Dinge, die ich einfach mal im Laden irgendwo mal angefasst haben muss. Genau. Du weißt halt nicht, liegt dir die Griffigkeit der Tastatur, äh, liegt dir die Tastatur, die Tastentiefe, liegt dir der Tastenanschlag oder kannst du alles nicht online nehmen. Kannst verlegen, oh ja, gut, du hattest einen guten Tastenanschlag, aber für jeden ist sowas was anderes, ne? Richtig. Hey, sag mal so. Headset, Headset hab ich, äh, Logitech, äh, G35. Jo. Haben, glaub ich, auch ein paar mehr, ne? Mhm. Halt so ein bekanntes. Ich mag halt das Design. Ja. Na, ich hab halt noch so ein recht günstiges, weil davon die Mikrofonqualität halt auch schon sehr gut war. Und, darauf kam es mir halt ursprünglich an. Mhm. Toll. Was los? Let's go, und? Nö, ich hab, äh, 20 Sekunden gebrochen, waren alle tot. Zeigst du mit einem Monat zusammen, oder? Nö. Alleine gegen Pots. Oh, was ist das denn? Guck mal, da wieder reinkommen. Wo, wo, wo musst du da reinkommen, Halu? Geh los, gleich am Anfang, Halu. Zack, beim Monat weg. Sio. Wir haben ja so nen Nostalgie-Typen bei uns drin, ne? Hier der André, der hier noch anwesend ist. Nostalgie-Typen. da möchte ich ihn gerade die ganze Zeit mit ihnen über Yu-Gi-Oh! und alte Spiele generell und alles mögliche unterhalten kam echt ah Karotten so schön sind schon wieder alles gewachsen, kein Bock und Nostalgie Typen interessanter Spitzname Finde ich damit auch voll ins Team ein Hedgehog er will aber ein Hedgehog ein Hedgehog ein Hedgehog Achja so auch wenn die Farm eigentlich hier schon längst alles wieder fertig ist und so ich hab keinen Bock die abzählen, ganz ehrlich wie willst du denn? minecraft wir waren mal langweilig keinen Bock auf die OT gehabt hab ich gedacht, ah komm zuckst du mal ohne minecraft melllllllllllllllllll езha creo blah Nej das tschel Oh cool, ich hab wieder ein GS gefunden, wo er einen Redstone-Fackel gesetzt hat. Kann ich direkt wieder abrucksagen. Ja, immer wenn ich irgendwas sehe, wo er eine Schlesse gebaut hat, sag ich das Ding. Einfach nur, weil sie es bei dir auch immer machen. Richtig. Was ich nicht darf, darf die anderen auch nicht. Ganz einfach. Ach, da war ja was. So eine Runde im Eigler. Wollen wir wieder arbeiten? Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja. Ja, ja. Das wäre traurig. Ja. Das wäre traurig. Ja. Aber ich ziehe ja sowieso demnächst aus. Ich ziehe mein Brüderchen. Ich auch. Und du willst ihn ja sofort, aber er meinte, er kann die Miete ja angeblich noch nicht bezahlen. Kannst du ja auch nicht. Ja, klar kann ich das. Ja. Ja, wann ist denn mit September? Ja, September kriegst du das Geld ja sowieso erst am Ende als im Monat, so ja nicht. Ja. 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 Ich fett los, ich muss und fett. Ja. Ja, wir wollen. Ja, wir wollen es denn. Ja, wir wollen es denn. So. Langsam bin ich hier fertig. Oh, oh, Skype. Ah. So. Leben erfüllt. Jetzt muss ich nur noch kurz warten, was sie zurückschreibt und dann... Obwohl, ich könnte die Aufnahme eigentlich... Na egal. Ähm. Ja. Als kleine Zusammenfassung. Was haben wir denn in der Zwischenzeit geschafft? Wir haben das Haus grob gebaut. Ja, doch und so fehlt. Von außen, das wird doch um einiges verschwender. Also wenn ihr da Ideen habt, könntet ihr mir gerne nochmal sagen, aber... Da werde ich mir selber schon noch ein bisschen was einfallen lassen. Ja, Türen an sich... Brauche ich eigentlich nicht. Eigentlich nur... Verschwendung. An sich. Außerdem, klar komme ich durch die Türen durch, wenn ich mein Set Home in das Haus reinmache. Dann komme ich auch durch die Eisentüren durch. Weil dann brauche ich die ja gar nicht. Weißt du, wie ich das meine? Dass ich das halt... Na dann brauche ich eigentlich gar keine Türen. Er bringt dir ja nix. Was? Ja, ne Tür. Naja... Sieht halt schick aus. Ne, aber ne Eisentür, die kriegen sie ja nicht auf. Ja, aber du dann doch auch nicht. Ich kann ja auch, wie gesagt, gerade in mein Haus einfach erst halt oben reinmachen. Ja, das stimmt auch. Heißt du und Slaps, ich glaub's nicht. Warum platziere ich hier Heißt du und Slaps? Puh. Kann er einfach drinnen und dann halt nur so die Leute reinlassen. Riesentürsteher. Oh. Dann machen wir noch kurz die Türen. Nochmal schön fehlen zum Ende. So. Dann... Schalter. Achso, ein Schalter. Oh man. GIGA FACEPALM! Oh man ey, geht's nicht. Sieht extrem behindert aus. Aber... Sonst... Ich mach so... Fuuu... Dann kloppen wir halt... Ah, mein Gott. So, ho. So, machen wir das so. Nehmen wir uns hier... Ah, komm, nehm wir uns die, die am Beispiel zackeln. Ich kloppen mal die Tür ab. Setzen die so rum, setzen hier Schalter hin, Tür auf und sind damit recht zufrieden. Nur noch, okay, so, hmm, ja gut, ne? Ist natürlich so eine Sache für sich. Bist du endlich fertig? Nee, ich weiß nicht, ich komme mir gerade eigentlich nicht so ganz so klar. Das kommt ja leider nicht so, wie ich das eigentlich haben will, leider. Aber egal, mach ich das halt einfach so. Kein Bock jetzt hier groß dran, noch rumzufummeln, weil eigentlich auch hier. Ich hab mir jetzt genug hier gemacht. So, kommt das noch da oben drauf, einfach nur, weil ich die Stufen eh nicht brauche. So, so, einfach nur, weil es extrem dämlich aussieht. Schön, schön ist nicht, aber könnte auch schlimmer sein. So, dann werden wir zu guter Letzt das Inventar einfach mal leer machen, einfach mal so, damit uns vielleicht gegriffen werden können und so. Nehmen nur noch so ein bisschen Dirt machen die Farben zu, damit uns keiner nach unten gehen kann, denn unterirdisch oder so kann ja nicht gebaut werden von anderen Leuten und auch nicht abgebaut werden. Dann halt mit den Türen, da ich ja noch kein Dach hab, mir hat leider trotzdem nichts. Gut. Also, dann würde ich sagen, willst du noch irgendwas sagen, so zum Abschied? Irgendwie? So? Ganz grob? Wie, wo, was weiß Obi? Alles klar. Ne, gut. Dann hab ich jetzt zwar die Zusammenfassung nicht gemacht, aber interessiert ja eh keinen. Alles klar. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute, und wir sehen uns dann demnächst in einem neuen Video auf diesem Kanal, dem Erhelm Zell. Tschüüü!